ach der der eiderkopf schwärtschmiede 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 6 6 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 11 12 11 12 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15 15 die wälder wurden alle abgeholzt hoheit unsere holzfäller können es mehr sammeln ich habe es schon verabschiedet wirklich nervig aber du bringst uns schön geld die anwesenheit eines fremden burgherrn ehrt uns schon zur tischung morgen auf wiedersehen herr ich mache ich muss ich muss ich unterstehe eurem befehl eure steuern wurden bezahlt die sieben gold was ist das denn ich unterstehe eurem befehl so dass natürlich ein bisschen nervig finde ich aber da wieder runter sonst hätte ich gleich wieder kaputt wie sieht es denn da aus die kümmerlich das sind nicht unsere die auch nicht dann scheint der jahre es sind fremde diplomaten zu sein schätze ich ja mal der jahre es ist ich habe es mit dem die die Dann geht er mal mit daheim. Auf Wiedersehen, Herr. Och, Mensch. Auf Wiedersehen, Herr. Auf Wiedersehen. Na, und du? Holst her. Eure Waren wurden verschwiegt. Wie sieht es aus? Es sind fremde Diplomaten angekommen. So ein Haufen Kräfte bündeln muss. Aber er bringt Gold, ne? Er bringt Gold. Ja. Auf Wiedersehen, Herr. Ich unterstehe euren Befehl. Ja. Die Wälder wurden alle abgeholzt, Hoheit. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Ich weiß auch noch was, aber ihr beide? Ich unterstehe euren Befehl. Ich unterstehe euren Befehl. Die Wälder wurden verschwiegt. Wird. Und wieder weg mit Sicherheit bringen. So. was ist denn das hier eigentlich? was ist das? was die Problematie-Punkte wird? Bauern werden benötigt, Hoheit. Aber habe ich denn nur? Ach, wir haben kein Eisen. Können wir überhaupt Eisen bauen? Haben wir Eisen? Also muss es doch irgendwo auch eine Eisen-Mini geben, oder nicht? Bin ich hier blind? Ob ich irgendwo eine Eisen-Mine übersehe? Im Alpharisse fecht es am Anfang. Das sind alles Häusern. Ich habe keine. Ein fremder Burgherr wirbt um uns. Mit Eisen, oder was? Ist das zu leichter die Wiener, Orita? Nein, das ist alles. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen zu leichter die Wiener, Orita. Ist das auch zu leichter die Wiener, Orita? Auf Wiedersehen. Welcher? Ja. Ne, du musst mal nochmal Holz. Holz oder Reis. Eure Waren wurden verschickt. Die Anwesenheit eines fremden Burgherrn ehrt uns. Wir müssen also irgendein finden, den Kult für uns. Und deshalb gucken wir jetzt gleich erstmal zum Tiger. Erst nochmal hier, bis der... Auf Wiedersehen, Herr. Ach, Kinos. Wettelt ihr euch jetzt ab, oder was? Achso. So, komm mal her, du verletzte. Du hast Diplomatiepunkte geschickt. Jetzt schickst du. Eure Steuern wurden bezahlt. Schickst du erstmal Gold. Obwohl, haben wir im Moment nicht allzu viel. Ja. Ja, okay. Wird ja sowieso gleich wieder. Achso, der ist ja auch... Ich unterstehe eurem Befehl. Ja, wie? Ja, wie? Ja, wir holen die drei da raus. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Jo, Komi, die Wälder wurden alle abgeholzt. Hoheit. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Wir sind noch dabei. Naja, da muss das... Da muss das reichen für... Nützt ja nichts. Erstmal müssen wir hier... ...den gepackt kriegen. Wir werden angegriffen. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Das ist ein Wälder. Das ist ein Wälder. Das war's für heute. Ja, schade, 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 ne? Wiedersehen, Herr. Ach, du schon wieder. So auch. Die nächste mit Gold aus. 54 Gold haben wir. Warum haben wir bloß so wenig Gold? Ach, das ist ja nicht so einfach. Ach, vergessen wieder einzuschalten. Sorry. Ich habe vergessen, das Mikro wieder einzuschalten. Ja, mein Schwabe war gerade da. Beziehungsweise, jetzt kam er ja schon vorhin, aber... Ich habe den mal eifert, dass die Fechts habe ich vergessen. Das Mikro wieder zuzuschalten. Es sah bestimmt lustig aus, wenn ich hier ins Leere geredet habe. Ich unterstehe euren Befehl. Eure Steuern wurden bezahlt. Eure Waren wurden verschickt. Eure Steuern wurden bezahlt. Ja. Hm. 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 Holz. Da. So. Geht der. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist der erledigt. Ja, was können wir noch machen? Was können wir noch machen? Wir müssen überhaken uns sonst von der Seite aus. Also müssen wir die auch erstmal schon mal weg machen. Ja. 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 Ja.